Hallo Ulrich! Hallo Karl, hallo Rüde! Hallo Ulrich! Hallo Karl! Wie ich sehe, gibt es schon das neue Aller-Doch-Allerfest-T-Shirt! Ja, und was meinen wir, wer sich bei mir gemeldet hat? Oh, wer denn? Der Papst! Boah! Was, der Papst? Was wollt ihr denn? Ja, er wollte ja auch ein Allerfest-T-Shirt. Echt? Was hat er denn bestellt? Welche Farbe? Violett. Er hätte es aber auch in der Tourismus-Zentrale in Vorheim kaufen können, richtig? Oder sogar über Twitter. Oder vielleicht über Facebook. Wie bitte? Ja, und es gibt jetzt auch eine Aller-Doch-Allerfest-App. Ja, das stimmt. Man könnte sich aber auch illegal runterladen und ausdrucken. Wie bitte? Davon weiß ich nichts. Ja, Ulrich, wenn dir jetzt der Papst geschrieben hat, dann müsstest du ja auch seine geheime E-Mail-Adresse haben. Ja, die habe ich. Und wie lautet die? Ja, was meinen dir, wie die heißt? Urbi? At Orbi V Punkt 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 Richtig Punkt V T T AHAHAHAHAHAHA